Und das sexuelle Interesse von Gitti mir gegenüber, Siegfried, ja? Ich meine, das tendiert gegen Null. Also wenn ich aus dem Bad komme und habe keine Klamotten an und Gitti liegt auf dem Bett da, weiß ich, im Sommer, weil ihr heiß ist, oder was? Ja, dann gehe ich durch die Stube, gehe an ihr vorbei, sie sagt dann auch, gibst du mir mal. Du, da kommt keine erotische Stimmung auf. Die zieht mich nicht ins Bett, das ist vorbei, das war vor wie sie 40 Jahren mal. Aber da spielt sich nichts mehr ab. Das geht die gerade auf Chlo gegangen, ich wollte nichts, dass sie das hört. Und diese paar schönen, leidenschaftlichen Momente mit Clarissa, die lasse ich mir. Das ist so schön, ja. Also, das ist romantisch, das ist wild. Wie du immer sagst, das Feuer der Leidenschaft. Und das brennt halt zwei, drei Stunden. Und das fahr ich wieder nach Hause.